Damit ich dann auch weiß, was ich ausrüste und was ich mache. Ja, guck mal, kannst du anquatschen, ne? Verdammte Plünderer, die haben keine Lust, sich einen Anstieg in die Arbeit zu suchen. Das heißt, du verstehst, ich hab auch keinen Bock zu arbeiten. Ja, der... oh, doch. Verdammtes Patch, murmelt die Frau, als sie mit ihrem Fuß in die Erde tritt und dadurch eine Erd... Zoom mal hin, zoom mal hin. Zoomen? Ja, raus. So nicht? Nein. Heilreisender, sagt sie, wir gleiten von einem halbherzigen... ...winkeln die Brücke nach Brunsburg aus dem Betrieb. Okay.